Von uns Kaspar der Gaupler. Ja! Ja! Moment, kannst du das nochmal anfangen? Ja, das war einfach zu dünn, dieses Handgeklapper. Da ist der Meer gewohnt. Ich tue jetzt nochmal so, als hättet ihr noch gar nichts gehört, mache eine kurze Ansage und ihr rastet komplett auf. Ihr schlagt durch die Hände blutig, ihr drehtet die Füße in den Boden, ihr haut mit den Köpfen gegen irgendwelche Holzbalken. Ja, aber ich brauche mal einen Kopf. Dann nimm irgendwann, dann hau den Kopf von deinem Nachbarn irgendwo, auf das er in dieser Städte so nützt vom Auflauf wird. Hier ist in den Farben von Bayer Leverkusen gewandelt, Kaspar der Gauke! Ja! Ich brauche auf den Kopf, ey! Jetzt beraten Sie sich wieder. Dabei können Sie ja nur drei Lieder. Also, ich brauche doch mal selber von eben noch. Das machen wir auch. Das fällt gar nicht auf. Ich werde derweil die Suppenschalen vorholen, die ich einst so hochwarf, dass sie landeten in einer Speise. Der Gulland-Such. Der Gulland-Such. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020